Hallo Tim, Mensch, was denkst du denn, wenn wir das Beste an dieser Papst-Audienz werden? Welche Papst-Audienz ist? Das ist eine gute Frage, weil ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, aber ich denke, wenn der Papst dann so auf den Platz kommt, oder wenn der quasi dann durch die Menge dann durchschreitet, das ist fertig. Wann plant ihr denn, auf dem Petersplatz loszugehen, oder wann wollt ihr dort sein? Ich habe nicht mal in Ahnung, es ist möglichst früh. 16 Uhr wolle mir das sein, oder? Ja, 15 Uhr, 30 Uhr, 15 Uhr geht. 15 Uhr, 30 Uhr, gut, okay, dann müsst ihr natürlich noch ungefähr drei Stunden abwarten. Wie vertreibt ihr euch die Zeit? Mein Pantheon. Vor mir stehen jetzt ein paar Minis aus dem schönen Reisgrönen Grabfeld und wir haben jetzt halb zwei, das heißt, die Papst-Audienz ist nicht mehr weit. Freut ihr euch denn schon drauf? Ja. Okay, könnt ihr mal ein bisschen mehr Stimmung machen? Ja. Sehr gut, wunderbar. Wer glaubt denn, dass er von euch ein Selfie mit dem Papst bekommt? Ja. Ja? Ich schreibe das nicht hier vor. Okay, und wer glaubt, dass er mal dem Papst die Hand schütteln kann? Hoffentlich. Ja, okay. Wie wollt ihr das erreichen? Wie fallt ihr auf dann jetzt auf dem Petersplatz? Fußball. Fußball, sehr gut, okay. Ja, sehr gut. Freut ihr euch schon drauf? Ja. Ja, sehr gut. Wie bereitet ihr euch vor? Ich meine, ihr müsst jetzt ein paar Stunden da in der Sonne aushalten. Was ist euer Tipp? Essen, trinken. Essen, trinken. Essen, trinken. Jawohl, da sind wir. So, hier, live vom Petersplatz. Einige der, wie sagt man es schön, wichtigsten Ministrantenreferenten aus Deutschland. Wie ist die Stimmung? Super. Sehr gut. Hervorragend. Wer schüttelt von euch heute als erstes Franziskus die Hand? Der Alterspräsident. Der Alterspräsident, natürlich. Er weiß nicht, wie man es macht. Hervorragend, ja. Trotzdem noch ein bisschen Nervosität da oder ganz ruhig? Spannung. Ja, alles noch gut? Stimmung bei den Minis gut? Super Stimmung. Ja. Wir freuen uns aus dem Pub. Sehr gut. So, kurz vor der Pub-Audienz, wie ist die Stimmung? Super. Super gut? Aufgeregt? Ja. Ja? Ein bisschen. Foto dabei? Ja, klar. Ja, Batterien geladen? Okay. Wie stellt euch es euch vor, die nächsten zwei, drei Stunden, bis der Pub wirklich kommt? Wie überbrückt ihr die? Anstrengend. Singen üben. Singen üben? Jawohl. Stimmung ist gut? Ja, total. Sehr schön. Glaubt ihr, ihr könnt dem Papst die Hand schütteln? Vielleicht klappt es. Oder wenigstens ein Selfie mit dem Papst? Ja, das wäre gut. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Okay, ihr habt ja sicher schon ein bisschen Tücher getauscht. Ich seh das schon, ihr habt nicht mehr diese Diözesantücher an, sondern, keine Ahnung, von wem ist das Tuch hier? München-Freising. München-Freising. Und du hast eins von? Berlin. Berlin. Ah, sehr gut, wunderbar. Ja, und wollt ihr heute das Papst sucht? Cool ist. Cool ist. Okay, ich wünsche euch viel Erfolg dabei, dann ganz viel Spaß und wir sehen uns später wieder. Können wir mal ein bisschen Stimmung? Ja! München-Freak! 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 Okay, seid ihr gut drauf? Ja! Sehr gut. Freut ihr euch auf die Audienz? Ja! Sehr gut, dann viel Spaß! Ja! 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 Gut, so, ich stehe jetzt hier vor ein paar Minis aus Stuttgart. Stuttgart, macht mal Stimmung! Hervorragend! Die Stuttgarter, die ruhen sich jetzt noch aus vor der Papst-Audienz, habe ich gehört. Wer holt sich ein Autogramm in sein Pilgerbuch von Franziskus? Halleluja! 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 Sehr gut, ja. Also, ich habe schon gehört, hier wird auch fleißig gemunkelt, dass der Matthias hier hinten, ja, also der junge Mann hier, sein Pilgertuch mit dem Papst tauschen will. Ich bin gespannt, ob er das erreicht. Habt ihr noch eine schöne Botschaft für die Minis aus Würzburg? Fleißig ministrieren! Wir sind katholisch! Halleluja! 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 Vielen Dank.